Nein! Nein! Wissen Sie, dass Sie dabei sind? Die Leine? Dank Gott. Ja. Ja. Das ist gar nicht. Das schreit man immer weg. Das schreit. Aber es ist gar nichts los. Ja, die meint immer, dass sie durchschreit ist eine Lösung. Ja, ja. Das Schreit war immer die Lösung. Wir sind zusammengezucht. Oh, ich hab ja weh gefahren. Dabei war gar nichts. Ja. Nein. Dann bringen wir immer nur eine Lösung. Wissen Sie, was für die Leine hier ist? Dann holen Sie das Geld aufnehmen. Nein. Und du hast ja jetzt unten in die Position. Du musst ja immer wieder selber korrigieren, bis du nicht korrigieren kannst. Jetzt geht's auch mal nachher weiter mit oben. Noch mal alleine. Wenn der Hund wieder alleine warst, dann hat das mal einfach gut. Ja. Und jetzt ist er einfach fast. Ihr habt das aber ganz ruhig. Ja. Ja. Auch wenn es nicht offensichtlich ist. Rosemarie Garbet stellt erste Erfolge fest. Nein. Der Tal kommt. Die begleiten Sie da eigentlich ein bisschen. Nein. Doch genau das passiert nur wenige Schritte später. Fingy zickt wie gewohnt. Den Abschluss jedes Außentrainings bildet eine Übung, um die Bindung zwischen Hund und Halter zu festigen. So nach der ersten Übung erkennt Jens Kemper sein Hauptproblem. Es ist schon schwer. Und dann hat man ja auch immer einen schönen Punkt. Und wenn man dann schlecht geblieben hat. Oh. Aber es muss ja halt sein. Und dann merkt man ja auch nicht so den Stress. Das ist jetzt hier. Der hat ja gerade aus dem Ende. Mit den Grenzen an. Das klappt nicht jedes Mal. Aber es fängt an zu klappen. Und das war ja vorher überhaupt nicht so. Also da hat man den Stress gefunden daran. Man lobt das auch so wenig. Man lobt das auch so wenig. Man lobt das auch so wenig. Man lobt das immer. Man lobt das immer. Aber das lobt das vergibt man auch noch. Ja. Nicht gemeckertes Pinuckel und Grünschwaden. Wer sagt. Reinhard Sander begleitet seinen riesen Schnauzer Christo bis zur Tür. Dann übernimmt der Hund die Führung. Günter Ostermeyer greift ein. Habt du dich? Ja. Du bleibst da mal gerne. Du kannst mal den Kurs herunterbringen. Ja. 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 Ja, tule. Ja. Wie schön. GPSiHlor. Hazel Schnauzer quiân122ικ. Säu als ich Got comparisons? Ja. Ich rocke mich zu einem. didniri radioe demasiadoSAuse, das hier ist keine Ruh. Ja, lpers auf die bier hin, so. So, raus, flammt ihn, raus, wieder Ruhe reinbringen und Ruhe reinbringen. So, jetzt noch blickst du den Dichtband ab, mit der linken Hand, weil ich jetzt schlauze. Jawohl, sehr schnell. Rechte Hand vorne, wo die Brücke mit allein ist. Legt an den Seiten hin, schön Ruhe rein. So, jetzt müssen wir um die Eurem anklucken, jetzt immer blickst du mal P-verhalten, streifst du die linken Hand hoch. Jetzt machst du den Blick, das ist noch schnell. Ich hab nichts gesagt. Trotz herber Kritik freut sich Reinhard Sander über Erste. Ja, Volker. Das entwickelt sich ja, ich mein, ich kann, ich konnte ja vorher, als wir um den Platz dann mit ihm nicht mehr um den Platz gehen, das hat er ja nur, ja, ich musste ja extra gehen, so konnte gar nicht so, das ist ja jetzt schon böse. Ja, die Sachen haben vom Umsetzen her relativ schnell geklappt. Dieênisen. Vielen Dank.